hallo leute ich bin legendkiller und herzlich willkommen zu einem neuen video in dem heutigen video möchte ich euch mal zeigen wie ihr eure einigen csgo callouts auf die minimap bekommt dafür geht ihr am besten erstmal na quatsch wir machen was anders wir gehen erst auf google und suchen nach dds online converter und nehmen dann einfach mal einen von den links hier aber das den ersten kann ich euch empfehlen weil der fotos zu dds macht wir wollen aber dds zu png dateien deswegen gehen wir einfach hier auf den zweiten link und hier gucken wir uns dann an dds könnt ihr euch aussuchen einfach png nehmen oder jpeg nehmen ich nehme jetzt einfach mal jpeg und jetzt geht ihr am besten auf steam ein rechtsklick auf csgo eigenschaften denn lokale daten durchsuchen lokale daten durchsuchen dann wenn ihr hier seid müsst ihr noch mal auf csgo klicken dann auf resources und dann auf overview und hier habt ihr dann ja eure ganzen maps ich gehe einfach mal hier ihr könnt einfach mal die datei nehmen kopiert ihr euch hier oben einfach den link mit rechtsklick kopieren dann geht ihr zurück in den browser drückt hier auf durchsuchen ok ich bin jetzt schon hier und dann drückt ihr normalerweise einfach hier oben rein und fügt dann diesen fad ein es sei denn ihr kennt den fad auswendig dann könnt ihr auch selbst sein manövrieren und hier könnt ihr euch dann halt eine map aussuchen die ihr umbenennen wollt wir nehmen einfach mal keine ahnung hier nehmen wir einfach mal drückt auf öffnen und drücken dann auf jetzt konvertieren oder convert now das dauert jetzt eine weile weil er wird jetzt einfach diese dds datei in eine normale jpg datei umändern und dann könnt ihr einfach hier drauf drücken und dann seht ihr hier diese datei einfach rechtsklick speichern unter speichern das jetzt einfach mal auf dem desktop dann seid ihr hier könnt ihr rechtsklick bearbeiten machen und dann könnt ihr das entweder hier mit paint machen oder wenn ihr gimp oder sowas drauf habt oder photoshop könnt ihr das natürlich auch damit machen dann könnt ihr einfach hier reinschreiben machen wir mal in weiß t ich habe keine ahnung ob das jetzt wirklich t oder ct ist aber egal ct so zack dann drückt ihr auf speichern so können wir das ganze schließen und jetzt gehen wir hier schiebt das mal nebeneinander natürlich so dann die datei hier machen wir mal umbenennen und kopieren uns den namen daraus und dann müsst ihr die datei hier umbenennen den namen da einfügen und am ende dieses jpg einfach weg machen und dafür dann dds machen enter dann kommt so eine meldung ja es wird sich datei format ändern möglicherweise unbrauchbar wir wollen das trotzdem machen und das ganze einfach hier rüber ziehen und dann im ziel ersetzen und jetzt habt ihr hier ct und t stehen wenn ihr jetzt in dem geht könnt ihr dann habt ihr halt die minimap mit c und ct und ja so könnt ihr einfach eure minimap callouts selber machen wenn ihr euch die anderen von simple radar oder so nicht gefallen oder ihr einfach selber welche machen wollt simple radar hat ihr zum beispiel auch nicht alle so könnt ihr halt eure einigen minimap callouts machen wie schon erwähnt dann bedanke ich mich recht herzlich fürs zusehen ich konnte ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen und bis zum nächsten video